Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit MG. Guten Tag! Gegen Frankreich? Ja. Du hast das Gamepad noch nicht in der Hand gehabt. Ich musste kurz nachgucken, bei welcher Folge wir sind. Du bist bei 40, das stimmt. Genau 40. Also gestern, heute 41. Ja genau. Ich hab ja 6 Folgen, weil Audio Spur gesparten hat oder so. Frankreich macht's sogar für mich jetzt gerade irgendwo Sinn als Nationalmannschaft. Ja, Frankreich ist ja auch. Weltmeister. Aber nichtsdestotrotz, wir sind heiß drauf weiter aufzusteigen. Nice! Schön reingezwiebelt. Geht da schon gut los. Hm. Ich mag das mit dem Körper abschirmen einfach. Ja. Weil du so geile Drehungen zum Teil machen kannst. Und das reicht mir halt. Da ist auch irgendwelche Sperenzchen mit dem Trickstick, wenn die Hälfte eh nicht funktioniert. Aber sowas geht? Boah. Oh, Latze! Ich dachte erst kacke, warum nimmst du den nicht mit dem Fuß und holst den Body rein oder so. War wahrscheinlich nicht möglich einfach. Nee, mit der Höhe nicht. Ah, der kriegt den noch. Ja, der kriegt den noch. Ah, fuck it. Viel Platz in der Mitte. Ja, aber kein Problem. Ist ja nur Mbappé. Nur. Nice. Nix gibt's. Ah, da steht noch einer. Schiri, das war doch nix. Ach, das war nix. Das war nix. Der hat sich fallen lassen. Habt ihr das nicht klar und deutlich gesehen? Zwei Schiris, drei Blinde, oder wie? No. Er spielt sich auch ewig mit dem Ball. No. No, Absatz. Nee, Fahne bleibt unten. Ah, ich wollte einfach nur draufzwiebeln. Wir wollen schon wieder Pause drücken. Jetzt schon. Ey, wir sind nur 1-0 vor. Können die noch zwei Minuten warten? Wir sind erst bei drei Minuten. Ja, cool. Ah, die kriegen die Pause nicht. Ich dachte, sie kriegen sie jetzt, aber... Okay. Wieso ist der Torwart so weit draußen? Okay. Kann mir das jemand erklären? Erstmal auswechseln den Torwart. Wir haben nicht mal einen Ersatz-Torwart aufgemacht. Ja, läuft bei uns. Stellen im Verteidiger rein. Wir haben wirklich keinen Ersatz-Torwart aufgemacht. Alter Fede. Wie ging der rein, und wieso ist der Torwart so weit draußen? Total unlogisch, dass der Torwart da so weit draußen ist in der Situation. Wenn drei Verteidiger rundherum stehen. Egal. Abhaken, weitermachen. Natürlich. So sind die immerhin nicht gequitten. Vielleicht, wenn wir das nächste Ding machen. Jetzt leckt es halt wie Sau auf einmal. Echt? Bei mir nicht. Na, Absätze. Ah, ah. Zu spät gespielt. Hm. Ah, ah. Wir kretchen von beiden Seiten. Oh, oh. Ah. Ah. Okay, okay. Wir können ein bisschen spielen. Ja. Mach ja keinen Pass. Na ja, probieren kann man es mal mit einer Flanke. Da findet er noch einen Abnehmer. Da findet er noch einen Abnehmer. Schade. Brutal. Wollt ihr uns verarschen? Ja. Einfach mal zur Ecke klären. Ja. Der hat passend gedrückt. Ja und das. Zu spät. Abseits. Spät. Ja, komm. Wieso macht er den mit der Hacke? Ah, ich wollte ihn noch schnell abseits stellen, war zu spät. Ja. Der geht vorbei. Boah, und dann sich solche Mikropässe andauern. Spät zurück. Nice. Ah, was? Nice. Und er verhaut dann den Weg. Yo, ich bin sicher, dass der reingeht. Ich eigentlich auch. Und hat Druck sitzen hier. Druck ist da. Ah. Ich lauf halt hoch. Abseits? Ja, Fahne geht hoch. Gut. Passt ja. Nee. Tschaui. Naja, da raus wollte ich. Ja, halt doch die Rübe hin. Ja, was? Direkt zum Mann. Ich will ihn ins lange Eck zicken, er direkt zum Mann. Ja, hat er was vergessen? Halbzeit, okay. Okay. Müssen wir es halt in der zweiten regeln. Ja, scheinbar. Ich habe gefühlt zweimal aufs Tor geschossen und habe zwei Dinger gemacht. Wir stehen ein Dutzende Male aufs Tor, geht nicht rein. Nee, nee, nee. Nee, 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 mein Freund. Oh, komm, oh, wieso so weit? Wäre eh abseits gewesen. Ja. Dann komme ich nicht hin. Das ist er. Nice. Den habe ich aber nicht. Was? Das war doch kein Fall. Das war doch kein Fall. Ich hatte ja auch gehofft, dass er mich schön umkretscht. Hm. Ah. Ah, warum zu dem? Für mir hier vorne steht doch blank. Ja, kann man machen. Ach, Kopfball-Duell verloren, ey. Wohl du. Ja. 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 Ja, die Fans motzen, ne? Da muss ein Elfer her. Eigentlich ja. Hammer. Ah, komm mal. Wie wenn er mit links noch nie in seinem Leben geschossen hätte. Na komm, so viel Platz, aber hey, ich spiele da hin, wo der Verteidiger steht. Na, normal. Nochmal. Schade. Oh. Oh. Ah, warum schie... Hand! Warum schieße ich Hand? Ja, das war Hand. Ja klar, aber das zählt bei FIFA nicht. ich will aber wir müssen glaube ich schon mal schön langsam ein stück offensiver stellen meint aber noch nicht jetzt jetzt nicht sehr offensiv offensiv machen wir wieder defensiv hat ja gereicht einfach nur weg damit weil vergessen schade hoch und weit bringt sicherheit er wollte noch mal quer liegen das muss nicht sein ok er kann zumindest aufs tor köpft so nach hinten direkt weiter bin in der mitte es gibt es ja nicht ja den nächsten freistoß den zimmer da an die latte ich werde bekloppt nicht schon wieder ach du hast ja scheine na das gibt es auch nicht komm ecke wartet bis ich von daik ab hier jetzt und dann ja spiel lieber kurz oder so schade unentschieden naja schade freunde wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollten aber schaut auch bei gaming ninjas vorbei bis dann hat rein